hallo und herzlich willkommen zu meinem unboxing video von test.net und heute habe ich mal was von parat mitgebracht ich habe den koffer parat ja genau hier behandelt es sich um das modell ist silver und am besten müssen wir jetzt mal diesen koffer hier aufmachen aber armin ist überfordert okay das gefällt mir das ist aber echt riesig das muss ich sagen ja ich hoffe ihr könnt alles sehen war das hat die kleine problematik und dehnbare in der tasche und hier ist platz für alles mögliche und wenn ich es jetzt genau betrachte handelt es sich um ein werkzeugkoffer und da passt auch wirklich alles sein von bohrmaschine bis schraubendreher alles möglich passt sogar eine flex mit rein ja das gefällt mir und hier diese form gefällt mir auch ganz super und hier hinter und hier hinter ist noch mal ein gefeim geheimfach und wie ihr seht befindet sich auch hier ein paar schlüsseln so das kann man wieder zurück so meine kollegen aus dem testlabor freuen sich mal diesen koffer aus dem ersten stock da runter zu schmeißen mal sehen vielleicht überlebt er das oder er geht unter so gerade mal wieder zu und so ein netter nebeneffekt hier dieser hat rollen und er kann ganz einfach mal gerollt werden ohne probleme ja in dem sinne wünsche ich euch noch einen schönen tag